Ich lese die Weihnachtsgeschichte, so als sie abschreiben ist, wie Lukas in zwei Kapiteln. Zu dieser Zeit, wer von dem Kaiser Augustus anordnet, alle Menschen schulen sich in Stürlisten inschrieben. Das werdet ganz nahe, zu dieser Zeit, als Quirinius Syrien in sich an. Und also, ich hoffe, gehen sie los und leiden sich in Drägen, jeder ein Dorr, woher herkommende. So mög sich auch Josef, ob der Weg von Galiläa und der Stadt Nazareth nach Judäa nach David sind statt. Der heilt Bethlehem. Darum, dass er von David abstammende. Und just in der Gegend werden Schäpes booten auf Feld, die passen nachts, ob ihm, er fei, ob. Und mit einer Stunde her sind Engel für ihm, und der Herrgott sieht ein Glanz, löch, um ihm rum. Und sie für Jungs und bannig. Und die Engel seht, du ihm, weist nicht bann. Sü, ich bring dir ein grau, der Freit, der alle Todacht ist. Für jo ist für doch der Heiland geboren. Das ist Christus, der Herr, in der Witzin statt. Und da könnt ihr dann sehen. Ihr wart das Kind finden, in Windeln wickelt und in ein Krüpp legen. Und mit dem Mal wäre da, wie die Engel, das ganze himmlische Herr. Die loben Gott und singen. Lauf und Ehr, der Bogen für unseren Herrgott. Und fragen dir innen, ob der Ehr für die Menschen mit der Heiland-Gotemain da hat. Und richtig dürfen sie Maria und Josef und das Kind. Und das lege ich in die Krüpp. Und als sie sehen haben, vertellen sie das überall, was ihr von dem Kind sagt worden wäre. Und all die Lüge, die da zu hören kriegen, wundern sich da über, was die Schäper sie ihm vertellen denen. Maria, aber behöhn all diese Wör in ihr Hart und lädt sie sich jünger, wo er den Sinn gönn. Und die Schäper sie gönn trüch und singen dabei und geben Gott die Ehr, von wegen all das, was sie hört und sehen haben. Das wäre also, als sie ihm das Seht worden wäre. Amen.